So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ben, aber ihr könnt mich auch Bene nennen. Auf meinem Kanal wird überwiegend was über Tiere kommen, vor allem was über Wirbellose, weil ich feier Wirbellose einfach, die sind interessant. Und derzeit besitze ich zwei Paare von Eudicella Grali Allari plus Larven, ein männlichen Prosopocoilos Girafa Keizukei, Megosama Elefas Elefas Larven, wandelnde Blätter Filium Philippinicum, ein Exemplar vom Scolopendra Kingulata, ein Mann vom afrikanischen Ochsenfrosch, Axelotl, Rotknievogelspinne und vieles mehr. Und ich hoffe, es werden auch mehr Tiere, denn wie ihr schon vielleicht bemerkt habt, ich liebe Tiere, vor allem Wirbellose. Und mit euch will ich dann Projekt über Tiere starten. Und jetzt wünsche ich euch allen noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und jetzt wünsche ich euch allen noch viel Spaß auf meinem Kanal.